Jetzt mal Butter bei den Fischen. China ist seit 16 Jahren der größte Goldproduzent der Erde und niemand darf dort auch nur ein Gramm Gold exportieren und das ist noch nicht alles. China importiert zusätzlich auch noch so viel Gold wie kein anderes Land und jetzt erzählt man der Welt, dass sie trotz dieses Goldreichtums nur gut etwas über 2000 Tonnen Gold in Reserve halten. Wo ist da die Logik? Ich will es ergründen, soweit es geht. Viel Spaß bei diesem Video. Was ist da die Goldproduzent der Erde? Wo wir jetzt Statistiken haben, hat China 403 Tonnen Gold abgebaut, Russland nur 247 Tonnen, Australien nur 274 Tonnen, Südafrika weit abgeschlagen mit 152 Tonnen. Seit dem Jahr 2000 sind schätzungsweise 6830 Tonnen Gold in China abgebaut worden. Die Hälfte der Goldproduktion Chinas liegt in Staatshand, also die Hälfte ist direkt verfügbar, eigentlich für China hier Reserven aufzubauen. Und Gold, das muss man auch wissen, das in China abgebaut wurde und wird, darf das Land nicht verlassen. Wo ist also das ganze Gold hin? Gibt es da vielleicht versteckte Konten, die der Weltöffentlichkeit nicht bekannt sind? Darüber kann man nur mutmaßen. Es wird ja auch noch brisanter, denn China hat seit dem Jahr 2000 außerdem über Hongkong weitere 6700 Tonnen Gold importiert. Also die sind nicht nur der größte Goldproduzent, sondern importieren zusätzlich auch nur noch Gold. Und Hongkong ist nur ein Hafen. Rechnet man die inländische Produktion und den Import aus Hongkong alleine zusammen, kommt man bereits auf eine Summe von 13.500 Tonnen Gold, die nach China seit dem Jahr 2000 gewandert sind. Aber China importiert nicht nur über Hongkong, sondern wie wir wissen, ist China groß und es gibt viele andere Häfen und Routen, die das Gold nehmen kann. Um sich dem etwas zu nähern, kann man sich die Statistiken der Schanghaier Goldbörse ansehen. Dort wurden seit dem Jahr 2008 22.000 Tonnen Gold gemeldet, die die Börse verlassen haben. Rechnet man die inländische Produktion also erneut zusammen mit dem Gold, das die Schanghaier Goldbörse verlassen hat, dann landet man bei fast 29.000 Tonnen Gold. Und da fehlen noch 8 Jahre von dem Jahr 2000 bis 2008, die nicht erfasst sind. Die Währungsreserven Chinas liegen bei 3,2 Billionen US-Dollar. Im Jahr 2000 waren sie nur bei 159 Milliarden US-Dollar. Sie sind also um den Faktor 20 größer geworden. Die offiziellen Goldreserven haben einen Wert von 135 Milliarden US-Dollar, also sind 4,2 Prozent der Reserven Chinas durch Gold besichert, wenn man den offiziellen Statistiken Glauben schenkt. Es ist unwahrscheinlich, dass Chinas Regierung nur so geringe Goldreserven aufgebaut hat. Vielleicht hat China bereits so viel Gold wie die USA. Die USA haben 8.133 Tonnen Gold oder vielleicht sogar schon mehr Gold als die USA. Also stellt sich die Frage, was würde passieren, wenn China die Katze aus dem Sack lässt und meldet, ja, wir haben ja vielleicht schon 20.000 Tonnen Gold. Ich nehme das jetzt einfach, werfe die Zahl mal in den Raum. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre die Folge, die direkte Folge, eine Aufwertung des Yuan, der chinesischen Währung. Während das gleiche wohl auch mit dem Gold passieren würde. Kursziele von 5.000 Dollar oder höher pro Unze werden da durch den Raum geworfen in so einem Szenario. Will man aber Gold weiter kaufen und akquirieren und zu, auch importieren insbesondere, dann macht es Sinn, dass der Goldpreis niedrig bleibt. Also melde man es nicht. Ist es wirklich so einfach? Es gibt sicherlich einen Grund, es nicht zu melden, selbst wenn es so wäre oder zumindest noch nicht. China hat nämlich die Mehrheit seiner Reserven in US-Dollar, in US-Dollar-Staatsanleihen. Und der US-Dollar und die US-Dollar-Staatsanleihen würden kräftig abwerten bei so einem Announcement, bei so einer Ankündigung, zumindest gegenüber der heimischen Währung, dem Yuan. Und das wäre gleichbedeutend mit einem sofortigen, sehr hohen Verlust. Und wer macht sowas schon? Das ist also nicht so einfach. China muss zuerst seine Dollar-Reserven abbauen. Wie ich in einem anderen Video bereits aufgeführt habe, tut China das bereits. In diesem Jahr allein hat China 11% seiner Dollar-Staatsanleihen verkauft, um damit die US-Notenbank in ihrem Ansinnen, die Inflation zu bekämpfen, auch durch eine Verkleinerung ihrer Bilanz, durch steigende Zinsen in die Bredouille gebracht. Schaut euch das Video hierzu einmal an. Wenn euch all das auch skeptisch stimmt, dann lasst es mich wissen. Danke für alle Abos unseres Kanals, für alle Likes und einfach, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald.